Kapitel 36 Konfrontation Severus entließ gerade seine Schüler, als Binti Merva mit Gornigel in seinen Klassenraum trat. Severus, es gibt ein Problem. Severus sah von seinem Pergament auf und richtete seinen Blick auf sie. Es gab einen anonymen Brief an den Schulrat. Sie werden dich zu einer Anhörung einbestellen. Editiert zog Severus seine Augenbrauen hoch. Und warum? Unzucht mit einer Schutzbefohlenen. Severus nickte, stand auf und verließ den Kerker. Severus, wo willst du denn hin? Er antwortete nicht. Die ersten Schüler betraten den Klassenraum. Setzen Sie sich, Professor Snake wird gleich zurück sein, erklärte Merva und eilte ihm rasch hinterher. Sie sah, wie er vor Professor Krumms Bürotür stehen blieb. Er klopfte und als Professor Krumm die Tür öffnete, presste er ihm direkt den Zauberstab an den Körper und drängte ihn zurück in das Büro. Professor Snake, was verschafft mir die Ehre ihres Besuches? Krumm versuchte ruhig zu wirken. Er sah in starren Augen. Er hatte nicht mit dieser Konfrontation gerechnet. Denken Sie mal nach, Krumm. Ich weiß es nicht. Severus rollte seine Augen. Natürlich nicht. Muss ich Ihnen etwas auf die Sprünge helfen? Severus bohrte seinen Zauberstab fest an Krumms Körper. Sie waren ihre Lehrer und sie haben ihre Stellung ausgenutzt. Sie hatte doch keine Wahl. Presste Krumm hervor. Merva stürmte in das Büro. Severus, was soll das? Er nahm seinen Blick nicht von Krumm. Erzählen Sie es ihr, Krumm. Er hat kein Recht auf Hermine. Sie ist so gut für ihn und er hat seine Stellung schamlos ausgenutzt, um... Ich... Ich werde ihr helfen, von ihm wegzukommen. Minerva sog die Luft laut ein. Victor, Sie sind ein Idiot. Dann wandte sich an Severus. Severus, nimm deinen Zauberstab runter. Severus trat einen Schritt von Krumm zurück, seinen Zauberstab noch immer auf ihn gerichtet. Ich bringe ihn um. Zischt er zwischen den Zähnen hervor. Minerva sah Severus mahnend an. Was würde deine Frau davon halten? Und wenn du nach Astrogang-Baden kommst, was soll sie Aurora sagen? Severus nahm den Zauberstab runter, dann drehte er sich um und verschwand mit wehenden Umhang. Er ist gemeingefährlich. Sie haben es gesehen. Ich werde... Minerva ging auf Krumm zu. Sie werden gar nichts, Victor. Sie haben schon genug getan. Mit ihrem Versuch, eine Familie zu zerstören. Er hat mich angegriffen. Minerva runzelte die Stirn. Wer? Außer uns ist hier niemand. Ich habe nichts gesehen. Professor Krumm, es mag Ihnen schwerfallen, es zu akzeptieren, aber diese beiden Menschen sind tatsächlich in tiefer Liebe zugetan. Mrs. Snape hat ihre Wahl getroffen. Aber er ist... Minerva warnte sich langsam zum Gehen. Soweit ich mitbekomme, ein liebender Ehemann und Vater und umso gefährlicher, Professor Krumm, ich erwarte, dass Sie in Ordnung bringen, was Sie angestellt haben. Haben Sie mich verstanden? Victor schluckte. Beim nächsten Mal bin ich sonst vielleicht nicht da, um Sie vor Professor Snapes Wut zu bewahren. Also... Krumm verzog seinen Mund und schwieg, nickte aber knapp. Als Minerva hinausging, hörte sie seine Stimme. Sie glauben also, das ist echt... Ja, das glaube ich. Vielleicht hätten Sie Hermine einfach mal fragen sollen. Sie sind wirklich ein Schwachkopf, Krumm. Cerberus war aufgewühlt, als er in seinen Klassenraum zurückkehrte. Hoffentlich lief ihm Krumm heute nicht noch einmal über den Weg, dachte er, und polterte seine Schüler an, erteilte Hausaufgaben und verlangte höchste Stille, während sie ihre Tränke zubereiteten. Hermine hatte Molly um Hilfe gebeten. Sie wollte wissen, ob sie mit Aurora über das Floh-Netzwerk reisen konnte oder ob es möglich war, zu apparieren. Hermine wollte kein Risiko eingehen. Floh ist völlig in Ordnung, halt sie nur gut fest, erklärte Molly Weasley. Aber apparieren wäre mir noch zu riskant. Molly hielt Aurora auf dem Arm und stuckelte sie. Wie läuft es? Alles gut bei dir, Cerberus? Hermine nickte. Ja, es läuft wirklich gut, aber ich glaube, er kann sich noch nicht damit anfreunden, dass ich bald mehr als die Stunden Nachhilfe arbeiten werde. Molly nickte. Ja, ich denke, ihr werdet es gut dann haben. Und wie gesagt, ich kann jederzeit kommen und mich um sie kümmern. Molly lächelte sie mütterlich an. Unsere kleine Aurora wird uns schon fehlen. Als Cerberus mit einem Plopp erschien, bemerkten beide Frauen sofort, dass er unheimlich angespannt war. Molly reichte die Aurora. Ich gehe nun lieber. Kümmer dich mit Cerberus. Hermine nickte und Molly ging ohne viele Worte. Cerberus? Was hast du? Hermine ging auf ihn zu. Er sah sie nur an, sagte aber kein Wort. Schau, Süße, dein Teddy ist da. Sie sah Cerberus an. Ich glaube, du hast dir gefehlt. Hermine lächelte ihn an und legte ihm Aurora in die Arme. Man konnte zusehen, wie sich seine Gesichtszüge entspannten und weicher wurden. Und mir hast du auch gefehlt, fügte Hermine hinzu und hauchte ihm einen sanften Kuss auf die Wange. Er hat mir auch gefehlt. Er hielt Aurora mit einem Arm und in den anderen zog er Hermine. Ich muss zu einer Anhörung des Schulrats, meinte er tonlos. Entsetzt sah Hermine ihn an. Warum? Wegen uns. Weil du meine Schülerin warst. Krumm hat irgendeinen Brief an sie geschrieben. Viktor? Warum denn das? Weil er dich vor mir befreien möchte. Er denkt wohl, ich habe dich mir gefügig gemacht. Hermine seufzte. Und jetzt? Cerberus zuckte die Schultern. Du setzt dich am besten erst einmal hin und ich hole uns was zu trinken. Wir schaffen das schon. Cerberus nickte. Ja, aber was? Wenn sie dich auch befragen wollen. Nun war es Hermine, die die Schultern zuckte. Dann sollen sie das tun und uns dann in Ruhe lassen. Hermine holte Feuerwhisky aus der Küche. Sie reichte Cerberus ein Glas. Aber mit einer Sache hat Krumm recht. Fragend sah Hermine ihn an. Ach ja? Cerberus nickte. Du bist wirklich so gut für mich. Ja.